Hi und herzlich willkommen im Vitamin ASMR Piercing Studio. Mein Name ist Sabrina. Was kann ich für dich tun? Okay, du hättest gerne ein Piercing. Gut, welches Piercing hättest du denn gern? Bauchnabelpiercing. Okay, ja, und du möchtest gerne Ohrlöcher haben? Verstehe, ja. Darf ich dich fragen, wie alt du bist? Okay, hast du einen Ausweis für mich dabei? Ja, sehr gut. Okay. Gut, das passt. Bevor es losgeht, würde ich dir gern ein paar Fragen stellen und dich auf Risiken aufmerksam machen, ja? Okay, gut. Gut, dann müsste ich gern mal kurz deinen Namen eintragen. Das nehme ich mal eben hier vom Ausweis. Ja. Okay. Hast du denn bereits ein Piercing? Oder ist es dein erstes Piercing? Okay. Okay. Ja. Hast du irgendwelche bekannten Allergien? Okay. Ja. 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 Gut. Nimmst du aktuell irgendwelche Medikamente oder nimmst du vielleicht auch dauerhaft Medikamente ein? Dann würde ich dich gern noch auf ein paar Risiken hinweisen, ja? Okay. Also, nach dem Piercing kann es an der betroffenen Stelle zu Rötungen oder Schwellungen kommen, ja? Es können Blutungen, aber auch bakterielle Infektionen bis hin zu Nekrosen, ja, können sich bilden. Also, das passiert aber tatsächlich sehr, sehr selten. Ebenfalls kann es zu einer Abstoßungsreaktion kommen. Okay. Ja. Auch das habe ich wirklich sehr, sehr selten erlebt, aber ich muss dich darauf hinweisen. Okay. Gut. Dann hätte ich ganz gerne hier, wo ich das Kreuzchen gesetzt habe, eine Unterschrift von dir, ja? Okay. Einmal hier, bitte. Ja. Sehr gut. Okay, prima. Dann kann es losgehen. Okay, mit welchem der Piercings möchtest du denn beginnen? Sollen wir erst das Bauchnabel-Piercing stechen oder möchtest du erst die Ohrlöcher machen? Okay. Erstes Bauchnabel-Piercing. Okay, gerne. Dann dürftest du einmal bitte dein T-Shirt heben, ja? Und ich würde deinen Bauchnabel einmal abtasten, um zu gucken, ob das Gewebe so in Ordnung ist, ob ich da auch so durchstechen kann, okay? Okay, ja? Ja. Okay. Ja, das sieht gut aus. Okay. So, zuerst desinfizieren wir die Stelle mit einem Wund-Desinfektions-Spray. Ja, nicht erschrecken, es wird ein bisschen kalt. Sehr gut. Okay, dann schaue ich nochmal. Ich würde einmal kurz mit diesem Stift hier zwei Punkte setzen, ja, an deinem Bauchnabel. Das ist dann quasi die Stelle, wo wir gleich durchstechen, okay? Ja. Damit das auch schön gerade sitzt, okay? Okay, dann wollen wir einmal und hier schaue ich mal hier. Das schaut gerade aus. Prima. Möchtest du denn gerne eine Betäubungssalbe haben? Ja, okay. Also mit der Betäubungssalbe können wir nur die, ja, oberste Hautschicht sozusagen, ja, so leicht betäuben, okay? Okay, komplett taub bekomme ich das nicht. Möchtest du trotzdem haben? Okay, gerne. Gut. So, ja, hier habe ich jetzt die Betäubungssalbe und die schmieren wir jetzt hier auf deinen Bauchnabel. So. So, dann warten wir noch einen kleinen Moment. Die wirkt aber relativ schnell, okay? Ja, prima. Das hier ist die Nadel, mit der ich dein Piercing stechen werde, okay? Ja. Ja, dann hast du die schon mal gesehen und ich zeige dir auch einmal das Piercing, das wir jetzt benutzen. Das ist einmal dieses Bauchnabel-Piercing hier. Und zwar ist es so, das ist jetzt erstmal ein ganz, ganz, ganz schlichtes Piercing. Ja, aus Chirurgenstahl. Und das bleibt erstmal für die nächsten sechs Wochen drin, okay? Bis das Ganze so gut wie verheilt ist, dann kannst du dir hier bei uns neuen Schmuck einsetzen lassen, okay? Ja. Aber heute gibt es erstmal dieses schlechte Piercing. Okay, gut. So, ich denke, jetzt ist alles betäubt. Dann würde ich jetzt hier mal die Nadel fertig machen. So, mit dieser Zange sozusagen, ja, du siehst, hier sind so Löcher drin, wo ich dann die Piercing-Nadel durchstechen kann, werde ich jetzt mal dein Bauchnabel fixieren. Und zwar genau an der Stelle, wo wir gerade die zwei Punkte eingezeichnet haben. Du erinnerst dich, ja? Okay, so. Und dann kommt einmal der Stich-Tuck. Und es ist schon vorbei. Es ist schon alles vorbei. Ist alles gut, ja? Geht's dir gut? Okay, prima. Dann müssen wir jetzt nur noch hier den Schmuck einsetzen. Moment. Was drehe ich dir dann hier noch rein? Das hast du ganz toll gemacht. So, prima. Es sitzt. Und was sagst du? Gefällt dir gut? Sehr schön. War gar nicht so schlimm. Okay. So. Ich desinfiziere noch einmal, ja? Gut. Das schaut erstmal super aus, ja. Zur Pflege. Deine Piercings sag ich dir im Anschluss etwas. Okay. Ich würde sagen, dass wir uns jetzt erstmal nochmal deinen Ohrläppchen widmen. Wir stechen jetzt deine Ohrringe. Und dann, genau, würden wir uns nochmal darüber unterhalten. So. Möchtest du auch an deinen Ohrläppchen die Betäubungssalbe haben? Möchtest du? Ja, okay. Es wird jetzt etwas anders sein. Also wir stechen das nicht mit der Piercingnadel, sondern ich habe hier so ein Gerät, mit dem wir Ohrlöcher schießen, sozusagen. Und auch bei deinen Ohrlöchern ist es der Fall, dass du erstmal ein bisschen einen, ja, langweiligeren Schmuck eingesetzt bekommst. Ja, es sind so kleine medizinische Ohrstecker. Okay. Und auch die müssen erstmal sechs Wochen in deinem Ohr bleiben. Ja. Okay. Gut, ich würde das Ganze dann jetzt einmal betäuben. Das ganze Prozedere kennst du ja jetzt bereits. So. Und die andere Seite. Sehr gut. Sehr gut. Auch hier zeichne ich einmal die Ohrlöcher vor. Und schau mich bitte noch einmal gerade an. Ja. Das sieht gut aus. Sehr schön. Auch hier würde ich deine Ohrlöchern einmal desinfizieren. Ja. Einmal hier. Und einmal hier. So. Die Betäubung dürfte jetzt gut wirken, oder? Ja. 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 Prima. Dann fangen wir hier auf der Seite an. Und es gibt einen kleinen Pieks. Sehr schön. Da sitzt der Ohrstecker. Und jetzt fangen wir an die andere Seite. Und sehr gut. Gut. Ja. Du hast es geschafft. Prima. Okay. Wie geht es dir? Ist alles okay? Kreislauf soweit? Alles in Ordnung? Prima. Du freust dich, dass es hinter dir ist. Das glaube ich dir. Sieht auch richtig, richtig schick aus. Beides. Sowohl die Ohrringe als auch dein Bauchnabelpiercing. Ja. Ich würde dir jetzt gern noch ein paar ja, Tipps mit auf den Weg geben zur Pflege deiner Piercings. Okay. Also wichtig ist die allerwichtigste Regel sogar, dass du bitte nicht mit schmutzigen Fingern an deine Piercings fasst. Okay. Das heißt, wenn du die Piercings säubern möchtest, dann wischst du dir vorher die Hände. Ja. Oder du ziehst eben sterile Handschuhe an. Aber niemals mit schmutzigen Fingern an dein frisch gestochenes Piercing. Okay. Gut. Das heißt, die nächsten sechs Wochen verzichtest du bitte auf Sauna, Solarium und auch aufs Schwimmbad. Ja. Baden würde ich jetzt in den nächsten Tagen auch nicht. Und die nächsten 24 Stunden verzichtest du bitte aufs Duschen. Okay. Achte bitte darauf, in den nächsten Tagen, wenn du duschst, dass kein Shampoo oder Duschgel in die Wunde gerät. Okay. Ja. Sehr gut. Beim Bauchnabel Piercing ist es wichtig, dass du im besten Fall jetzt, also diese Eyewaist Hosen, ja, dass die nicht unbedingt so auf deinen Bauchnabel drücken oder irgendwelche Knöpfe oder so. Okay. Ja. Das wäre nicht so gut. Das führt dann wieder zu einer Reizung und ja, das ist nicht so gut für die Wundheilung. Okay. Dann solltest du deine Piercings auf jeden Fall täglich weiterhin säubern. Im besten Fall mit so einem Wund Desinfektionsspray haben. Wir haben hier bei uns im Laden genug und jeder, der hier einen Piercing stechen lässt, bekommt das dazu. Das heißt, du musst dir das also nicht selber besorgen. Ich gebe dir das jetzt gleich mit und sowohl deine Ohrringe als auch dein Bauchnabel Piercing solltest du mindestens dreimal am Tag damit säubern. Okay. Ja. Gut. Am Anfang wird ein bisschen von Sekret aus den aus ja, aus der Wunde austreten. Ja. Gerade am Bauchnabel. Das ist nicht schlimm. manchmal über den Tag wird das dann ein bisschen verhärtet sich das ein bisschen. Das machst du dann am besten mit diesem Spray sauber und nimmst ein sauberes ja, so ein Wattestäbchen dazu. Sehr gut. Wir sehen uns jetzt erst mal in zwei Wochen wieder. Also in 14 Tagen kommst du bitte einmal zur Nachkontrolle. Sollte natürlich irgendetwas sein, ja, Rötung, Schwellung, all das, was wir im Vorfeld besprochen hatten. Irgendwas tut dir weh, irgendwas kommt dir komisch vor, dann meldest du dich bitte und kommst eben ein, okay? Ja, genau, prima. Wie ich schon sagte, Schmuckwechsel bitte erst in sechs Wochen, halte dich auch daran, okay? Ja, und ja, ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel Freude mit deinen neuen Piercings und bis in vierzehn Tagen, okay? Ja, gut, ciao.